Manche Einheimische behaupten felsenfest, es lebten mehr Rindviecher als Menschen im Bregenzer Wald. Die Region ist sehr beschaulich geblieben, bekannt für naturreinen Bergkäse und auch für eine anspruchsvolle und einfallsreiche Gastronomie. Wir sind in Au, im hinteren Bregenzer Wald. Die Sonntagsmesse ist hier noch richtig gut besucht. Vor dem Hotel, gleich neben der Kirche, rüsten sich die ersten Urlauber für den Skitag und drinnen tagt der Stammtisch. Hotelier Walterling ist mit dabei. Das Wesentliche ist, dass hier in der Region Bregenzer Wald noch Dörfer sind, die funktionieren, egal ob Saison ist oder nicht. Also bei uns lebt man das ganze Jahr eigentlich sehr prächtig miteinander und wenn da noch Gäste dazukommen, ist es wunderbar. Der Stammtisch erörtert weiter die Dorfpolitik. Und draußen beginnt der Skibetrieb. Skilehrer Werner Geiger ist mit einer Anfängergruppe unterwegs, direkt auf der Dorfwiese. Ganz ohne Hektik und ohne Gedränge. Schön parallel. Und nebenbei bemerkt, Werner Geiger ist der Skischulchef vor Ort. Aber nur tagsüber. Am Abend geht's zum Kühe melken in den Stall. Gehen wir es nicht an. Er mag beide arbeiten. Aber was ist denn nun anstrengender? Na, der Skischulche ist schon anstrengender. Die Kühe machen immer, was ein Bauer will. Doch auch Rosi und Leni wollen gut behandelt werden. Dann geben sie mehr Milch. Der 53-Jährige bringt sie selbst jeden Abend in die Dorfsinnerei, wo der bekannte Bregenzer Wälder Bergkäse hergestellt wird. Für seinen Käse und die gemütlichen Gasthäuser, dafür ist die Region bekannt. Ein typisches Beispiel ist dieses Hotel. Eine urige Bauernstube und eine anspruchsvolle Küche. Traditionelles wird mit modernen Rezepten kombiniert. Auch wenn es nicht danach aussieht, dies ist eine Art Jagdausflug. Und Jagdhündin Akira will selbstverständlich nichts verpassen. Melchior Beer und Helmut Feuerstein auf dem Weg zur Rotwildfütterung. Bei dem Tumult lässt sich natürlich kein Hirsch blicken im Revier. Doch dann passiert etwas. Da oben sind ein Drehbock und zwei Ries sind da oben. In der Schneisse da. Kaum entdeckt, sind sie auch schon wieder weg. Vielleicht lassen sich die Hirsche so anlocken. Mit dem sogenannten Hirschruf. Na, hoffentlich klappt's. Das nimmt ihr jetzt als Training für die Hirschrufmeisterschaft im Blutens. Hä, hä, das heißt hier, das Weibliche. Weil die Hirsche suchen dann ja die Weiblichen, oder? Das ist... Wie bei uns auch. Wie bei den Menschen auch. Wie bei den Menschen auch. Das wäreērt. Wir jubeln, oder? Wie bei uns auch. Wohin Martin. Wie bei uns auch. Wie bei uns auch. Wie bei uns auch.